So, Leute, war's gedacht, weiter geht's mit The Wolf Among Us. Wir sind hier in der TripTrap Bar und gucken uns mal ein bisschen um. Ah, Huff hat so Zigaretten... Warum hat er Zigaretten im Kühlschrank? Also wisst ihr, da waren ja welche im Kühlschrank bei dem, wisst ihr noch? Oh. Eingelegte Eier. Klingt ekelhaft. Lass mich das Mysterium für euch. Es sind pfehlte Ecke. Oh, ich weiß, was sie sind. Ach, das ist die Frage. Ja, ja, der Woods, mein alter Hund. Halbleeres Glas. Scheint so, als wäre hier jemand. Ja. Seid mal nicht so frech, okay? Ich geb dir gleich ein, um Missgeburt. Oh, Entschuldigung. Dieser Blick so. Gren oder wie? Gren oder wie? Ich weiß nicht, wer das ist. Big guy, beard, flannel, ein bisschen wie ein Schiff. Hör zu erinnern. Ich bin sicher, dass du ihn nicht weißt. Okay, sind wir ein bisschen nett. Aber ich bekomme dir einen Drink. Wie solltest du deinen Drink halten? Du wirst dich schlafen. Alter. Okay, ich wollte nett sein, ne? Ich wollte nett sein, aber... So, du Wichser, wir reden jetzt. Ja, wenn ich für genau den hier habe. Hast du ein Problem? Ja, komm. Nee, ich trinke nichts. Du kleine Nutte, du. Der rückt mich voll auf, halt. Der rückt mich richtig auf. Come on, guys. I don't want to be here. You don't want me here. Ja. The sooner you answer my questions, the sooner I'll be out of your... Schau mal. Ich schätze mal, da kommt jemand. Ja. Ey, dieser Typ, der da sitzt, der geht mir richtig auf dem Sack. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. Hallo, Woodsman. Wie geht es dir? Guck mal, da hat er einfach so ein Pflaster auf seinem Kopf, wo die Axt drin war. Ich habe dir gebraucht. Holly wollte es, aber ich weiß nicht, er wird wieder zurück. Jetzt, hier bist du. Na, guck mal. Bin ich nicht nett. Na, da sind wir schon zwei. Man muss ja nicht immer kämpfen, ne? Ja. Fass mich nicht an. Ja. Kein Witz, Alter. Ja, genau, Grant. Sei mal nicht so frech, Alter. Das kriegst du gleich ein, du Wichser. Wie der Horst sieht, Alter. Richtig zusammengeschlagen. Du weißt, wieso ich hier bin. Ganz genau. Das ist lustig. Das, was du bereitst, für Geld zu machen. Ich schloss nach ihr Platz für Wochen. Sie sah nicht so, aber sie hatte Geld. Ich war sicher. Okay. Sie würde nicht auf jeden Fall fliegen. Warte, wird sie nicht beklangt, oder was? Ah, okay. Ach so, aber Rotkäppchen. Witz, Alter. Lenk nicht vom Thema ab. Ja, komm. Okay, aber der hat so reagiert, so nach dem Motto. Sie ist tot. Bigby, hör mal, ich bin ein Schuss, okay? Ich weiß, das. Ich habe das, Frau. Ich habe das. Ich habe nicht, aber ich habe sie nicht verletzt. Sie glauben, nicht wahr? Sie werden mich aufrufen, Bigby. Wie du gesagt hast, sieht es so schlecht. Es sieht so schlecht. Aber ich habe es nicht gemacht. Er war hier. Das ist die Wahrheit, Sheriff. Sie sehen? Bigby. Bitte. Du kannst nicht. Sie werden mich auf die Wichern verletzen. Das ist das, was sie machen. Und ich habe es nicht gemacht. Du wirst das. Ich glaube, ich glaube, ich habe es nicht. Hey, stop! Das ist nicht das, was ich will. Oh, schau mal auf, Woody. Das ist nicht nur über dich. Es ist über dieses fucking Labdug. Und er kommt auf den ganzen Teil der Stadt, wenn die rutschen Fucks und die Woodlands brauchen eine Shakedown. Nicht das richtig, Bigby? Labdug? Aha. Sei mal nicht so frisch. Was ist das für ein Vieh? Was ist das für ein Vieh? Was ist das für ein Vieh? Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Du bist hier in der Lüge. Nicht über mich. Was ist das für ein Vieh? Ich habe eine hässliche Rolle, Alter. Okay. Okay. Nee, Alter, nicht mit mir. Nicht mit mir. Fuck. Jetzt mal ohne Witz, Alter. Ich mache keine Faxen. Warum greift der mich überhaupt an? Was habe ich dem getan? So vom Prinzip her. Ha, weh. Du kleine Nutte. Hier. Das hat nicht so gut geklappt. Nicht so, wie es sollte. Runter. Nein, nein. Ha, hier. Oh. Das war nicht so gut. Aber ich halte ja auch einiges aus, anscheinend. Wie der übertreibt. Ich mache keinen Spaß, Alter. Ich mache keinen Spaß. Oh. Oh. Oh, oh. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, das ist nicht gut, was hier passiert. Mit nicht gut, meine ich nicht gut für meinen Gegner. Ich habe dich gewarnt. Ich habe dich gewarnt. Du könntest nicht hören. Er hat genug. Er hat genug. Oh, hast du Arm abreißen oder nicht? Nein, komm. Ist okay. Es reicht. So. Ich bin eben noch Sheriff, weißt du? So ein Polizist, wenn ich einen aufregke, kann ich sagen, ich will mir auf den Kopf schießen. Ich sollte nicht übertreiben. Whisky. Leck mir am Arsch, Alter. Ah, jetzt bin ich wieder normal, oder? Ja, okay. Gut. Ja, hier. Shit. Es ist nicht so, dass du es auch nicht bezahlen würdest. Ah. Ich konnte also nicht bezahlen. Hau jetzt nicht ab, Alter. Mach jetzt keine Scheiß. Ja. Woll ich gerade sagen. Die bekommst du, wenn du mir im Sack gehst? Ja. Hat er wirklich. Ich habe mich nur verteidigt. Aha. Ja, du kleiner Wichser. Willst du schon wieder wegrennen, oder was? Nein, nicht den Woodsman, halt auch nicht schon. Der Woodsman muss ich nicht. Ja, dich. Fuck, Mann. Das ist nicht notwendig. Weißt du, ich denke halt so... Weißt du, der war halt so... ...so geschockt, sage ich jetzt mal. Aber der hier, ich weiß nicht, Alter. Der war frech, der hat mich geschlagen und alles. Und so schnapp ich mir den. Was ist hier los? Das klingt voll nicht gefährlich, in den verwunschenen Brunnen. Aber anscheinend haben wir Angst davor. War das... ...schon wieder mein Apartment? Oder... Ne, da ist glaube ich beides. Was ist hier los? Was ist hier los? Biest. Ist das mit Bellen oder was? Ja, bleibloch. Was ist los? 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 Die Person, die einem, äh, wichtig ist, aber trotzdem, Alter. Fuck, Alter. Oh, Serial-Killer. Oh, oh mein, ein Serial-Killer? Oh Gott, und es ist einer von uns? Warte, der Woodsman ist immer noch in den Straßen. Ja, aber eigentlich... Das wäre nicht so frech. Ich glaube nicht, dass der Woodsman das ist. Ich weiß, dass sie hier ist. Du musst sie sehen. Was sind die beiden von euch, die schlafen? Danke, dass ich nichts sagen darf. Es ist egal. Vielleicht willst du nur jemanden verletzen. Wir können das arrangieren. Was hast du getan? Freund auf Freund. Am Ende des Endes. Wieso biecht der? Der sieht so cool aus. Jesus Christus, Baby. Ist das du? Du hast nichts verhindertes, Prinzler. Ich hätte das verhindern können! Toad, du Wichser! Nein, der ist das nicht. Bluebeard ist das nicht. Ach, hier. Wer ist das überhaupt? Den kenn ich gar nicht. Also, Abspann. Ja, was soll ich sagen? Ich... Ja, das Spiel ist geil auf jeden Fall. Aber ich weiß noch so gar nicht, was ich jetzt erwarten soll. Wie es weitergeht oder sowas. Keine Ahnung. Weil ich habe so das... Irgendwie das Gefühl, bei dem Spiel kann alles passieren. Also, da ist irgendwie so nichts, dass du sagst, Oh ja, das passiert jetzt vielleicht. Sondern das einfach so... What the fuck? Ich habe keine Ahnung, was passiert. Deswegen, also ich bin gespannt. Ich finde es halt geil, dass so absolut viele verschiedene, äh... Charaktere eingebunden werden. Obwohl ich halt diesen Damm und die nicht kenne. Ich kenne Bluebeard nicht. Ja, okay, Ecobot Crane ist von Sleepy Hollow. Also, der Bürgermeister. Das kenne ich halt von diesem Sleepy Hollow Film mit Johnny Depp. Ja, hier Schneewittchen und sowas. Blablabla. Die drei kleinen Schweinchen kennt man ja. Zum Beispiel hier die Barkeeperin kannte ich auch nicht. Dieser Typ, der mich gerade angegriffen hat, kenne ich auch nicht. Ich weiß nicht. Also, können wir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn irgendwelche dieser Person kennt. Würde mich persönlich sehr interessieren. Deswegen ist jetzt hier erstmal das Ende der ersten Episode. Episode 2 kommt dann natürlich auch. Und 3 und 4 und 5 auch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, Spannung, was auch immer. Könnt mir ja auch gerne schreiben, ob ihr mit meinen, äh... hier mit meinen Entscheidungen immer übereinstimmt. Interessiert mich ja auch. Haut rein, bis zum nächsten Mal und denkt dran. Dieser Soundtrack ist voll awesome.